Die Daten, die wir erheben, die bleiben bei Ihnen im Rechenzentrum. Wir nehmen keine Daten raus aus dem Rechenzentrum oder wir speichern auch keine Daten in der Cloud. Die Daten erheben wir mit NextThing und mit Lakeside Systrack, mit einem von beiden Tools. Die Daten werden dann weiterverarbeitet bei uns in der Worden-Plattform. Mit der Worden-Plattform finden wir wiederum heraus, welche Applikationen wie intensiv genutzt werden oder welche User sich für die Super-User-Tests eignen. Die Super-User-Tests sind wiederum Tests, mit denen wir die Anwendungen testen, die jetzt nicht proaktiv getestet werden, sondern erst reaktiv von Ihren sogenannten Pilot-Usern oder wir nennen die Super-User. Somit also alle Daten bleiben bei Ihnen im Rechenzentrum. Da geht nichts raus. , was . Und zwar gibt es einen Abschluss-Tests. Untertitelung des ZDF, 2020